Ein Schreinwächter gefunden! Ich brauch die gelben Dinger da, danke! Aua! Nein! Aua! Uff! Au! Woohoo! Ich kann den nicht mal jetzt festhalten! Wie jetzt nicht! Der hat mehrere Kristalle. Lass mich durch. Ja, mach deine eigenen Freunde platt. Kein Problem. Au! Wo ist das Vieh hin? Woa! Woa! Au! Komm schon, ich brauch dein Recken! Ich brauch dein Recken! Oh, aber ist weh! Nein! Ah! Ein Kristall hat er noch. Ne, ebenso neuer Kristall gewachsen. Juhu! Au! Können wir nicht einfach drüber reden? Wir drehen! Klingt super! Aua! 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 Oh Gott! Nein, nein, nein! Oh! Wir könnten natürlich auch einfach Freunde werden. Okay! Freunde ist auch okay. Tschüss! Wir realisieren sollen. Wuh! Dass der da liegt und nicht drauf klatschen kann. Hey, Freund! Wollen wir Freunde werden? Aua! Ich nehm das als nein! Keine Freunde! Keine Freunde! Keine Freunde! Nein! Ich möchte das nicht! Können wir nochmal drüber reden? Ach, fuck! Nein, wir können nicht drüber reden. Ich will nicht mit mir gefreundet sein. Er will auch nicht reden. Dann verprügel ich ihn halt einfach. Oder er mich. Aua! Ich bin gut! Wie? Oh! Aha! Holy Christus, hat er gestorben. Nee, patscht hast du, 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 patscht hast du! Yes! We're again! We're again! We're again! Tschüss! Ah, schon vom Mundreis wurde gestorben. Das sind die hundert anderen Male. Ciao! Du hast doch noch was an der Schulter. Hä? Was war das? Boah, guck mal, die können ihn jetzt festhalten! Aua! Nein, 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 weg da! Was schaste? Schade! Weg! Weg da! Au! Wuhuuu! So! Wuhuuu! Wuhuuu! Was? Doch nicht den! Gott, verdammt bitte! Den da! Ach, ist nicht euer Ernst! Ich muss mal drüber reden, wo ist die andere Halbplätze! Wo ist die andere Halbplätze! Wo ist die andere Halbplätze! Gib mir die andere Halbplätze! Ah, Mist! Heute war es das sechste Mal! Denk mal drüber nach, was du letzte Woche getrieben hast! Was? 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 Ich bin doch letzte Woche nicht gestorben! Was? Okay, alle guten Länger sind drei! Hab ich gehört! Wie mach, was denn? Oua. Soll ich die Package zum Beispiel lenses the mask! Leactic mit meiner Maisie Was? Aua! Fest. Aha! Oh! Aua! Nuh-huh! Hey, damaskröten! I'm gonna hit, and get the bomb, the bomb, the main, the main, the bomb, the jump. Und schau. Aha. Was ist denn weg, was ist denn weg, kommt seilig. Fuck. Ha! Das mein ich nicht. Ist der entschränkt. Au! Kommt die denn schon wieder her? Sag mal! Ich krieg's vier hier. Das gibt's nicht! Diese kleinen Dricksviecher. Ich würde nicht so groß anstrengend genug wär. Hey! Wer hat noch 30.000 Minions? Hey! Da bleibt man auch überall hängen. Pisst euch! Weg da! Ja! Es ist achter weg! Okay. Oh wow! Weg! Weg! Eufel weg! Ei, 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 ei. Nei, war schon 8 Mal zumindest heute. Ich hab dich schon mit diesen Kopf in den Kopf gesehen. Ich hab dich schon mit den Kopf gesehen. Ich hab dich schon mit den Kopf gesehen. Hehehehe. Bleib mal stehen, danke. Geht doch, Mann, Mann, Mann. Na gut, ich erinnere mir, Bot takes das nächste Mal ab. Guter Bot. Was ist das? Uh. Okay. Befreie Taro, benutze die Relikte, um Taro zu befreien. Entdecktes Relikt, Laterne. Hey, ich hab Rots gefunden. Oh, das wollte ich nicht. Oh. Oh, ich muss niesen. Didada. Meine Schüsse. Ah, guck mal, der ist. Oder so. Danke. Danke, 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 danke. Da. Da ist eine fette Tür. Oh, da ist noch Loot. Da so, genau da drin. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie ich diese Tür hier aufbekomme. Ich glaube, von dieser Tür komme ich. Ich kann das doch so zum Leuchten bringen und da rausgehen. Juhu. Ich glaube schon, halte ich fest. Geht doch. Oh nein, es regnet. Ist ja egal. Was für ein Pisswetter. Hallo, Humora. Ach ja. Boah, ich freue mich auf Hörgurt. Sehr gestimmt. Da rennt sie davon. Hörnerin. Oh, ich kann das irgendwo hinstellen. Ja, lol. Äh, äh, äh. Die Frage ist, wohin? Kommt mal mit. Da hin. Glaub ich. Ja, sieht gut aus. Tada. Und jetzt. Da. Und jetzt. Da. Und jetzt. Oh, die blöde sind da ja. Da. Nee. Da. Und nu. Ich hoffe, dass das noch eine Zeit verschwindet. Da. Und jetzt. Oh Gott. Ah, hier rum. Und. Da. Und jetzt. Da. Tada. So. Na, gleich schon wieder Sonnenschein. Ist das nicht schön. Okay. So, ich kam ja von hier hinten gerannt. War hier noch irgendwas? Ja, irgendwie, ähm, alles ignoriert. Da konnte ich nur die Lampe hinstellen. Und ansonsten. War hier tatsächlich nichts? Ja, dann. Ja, dann. Ja, voll Glück gehabt. Und nichts verpasst. Das ist bad. Der Wald ist voll schön. So. Da soll ich hin. Da. Kissing. Ein Hut, ein Tanzhaftenhut. So. Ich würde gleich gerne nochmal kurz zurück in die Stadt. In die Stadt. Dafür müsste ich jetzt, glaub ich, einmal da lang. Oder? Ja. Ja, 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 ja. Und dann. Noch ein Stück, 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 noch ein Stück. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. In die Stadt. Head of Zentrum, es geht. Ich muss da Post hinbringen, das ist genau in die Richtung. So. Tja. Da leuchtet's auch schon. Hähnchen. Tja. 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 Tja.